Welche Änderungen erwarten uns bei der Rente im August? Alles, was ihr wissen müsst, in drei Minuten. Änderung Nummer eins. Mehr Geld für Rentner geplant, die nebenbei arbeiten. Wer auf seinen Renteneintritt verzichtet und weiter arbeiten geht, soll nun eine sogenannte Rentenaufschubprämie bekommen, so heißt es im 49-Punkte-Programm der Regierung. Diese setzt sich wie folgt zusammen. Sie ist die Summe der entgangenen Rentenzahlungen plus die eingesparten Beitragszahlungen der Rentenkasse für die Krankenkassenbeiträge für den Rentner. Und das abgabenfrei. So können leicht mal 20.000 Euro oder mehr zusammenkommen. Bei der Rentenaufschubprämie handelt es sich also um einen finanziellen Anreiz, im Alter weiter arbeiten zu gehen, statt die gesetzliche Rente in Anspruch zu nehmen. Ob und wie viele Rentner das wirklich nutzen werden, ob sich das durchsetzen wird und vor allem, was abgabenfrei genau bedeutet, ist noch unklar. Kritiker meinen, dass diese Prämie Leute nicht daran hindern wird, nach Jahren harter Arbeit früher in Rente zu gehen. Der VdK zum Beispiel meint, dass dies viel zu spät kommt, um die Folgen des demografischen Wandels abzuwenden. Änderung Nummer 2. Der Grundfreibetrag soll angehoben werden. Aktuell beträgt dieser noch 11.604 Euro, das heißt, alles unter dieser Summe pro Jahr muss nicht versteuert werden. Nun ist geplant, diesen Betrag auf 11.784 Euro anzuheben, und zwar rückwirkend zum 1. Januar. Damit dürften viele Rentner und Rentnerinnen von der Steuerpflicht ausgenommen werden, heißt, ihr habt mehr von eurer Rente übrig. Ob das wirklich so kommt, wird erst im Herbst entschieden. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie viel Rente euch nach Steuern und Abgaben eigentlich so übrig bleibt, dann abonniert unseren Kanal, denn bald rechnen wir euch das im Detail für verschiedene Gehaltsstufen durch. Bis das Gesetz durch ist, rechnen wir aber noch mit dem alten Grundfreibetrag. Und Änderung Nummer 3. Neue Art der geförderten privaten Altersvorsorge ist geplant. Dabei handelt es sich um eine umfassende Überarbeitung der Riester-Rente, denn die war jahrelang ziemlich unbeliebt, weil zu teuer und ertragsschwach. Ein zentraler Punkt der Reform ist das persönliche Altersvorsorge-Depot. Hier sollen steuerfreie Sparpläne auf ETFs, Fonds und Aktien und Anleihen ermöglicht werden. Einzahlungen sollen von der Steuer absetzbar sein und die Abgeltungssteuer auf Erträge während der Sparphase soll entfallen. Die bisherige Fördersystematik mit steuerlicher Förderung über Zulagen und Sonderausgabenabzug soll beibehalten werden. Bis Herbst diesen Jahres soll der Gesetzesentwurf stehen. Wir sind gespannt. Das waren die Rentenänderungen für den Monat August. Wenn ihr die Änderungen der letzten Monate verpasst habt, dann findet ihr hier unsere Playlist mit allen Änderungen diesen Jahres. Ich bin Müni von transparentberaten.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.